einen wunderschönen guten tag meine lieben ihr wisst mein name ist g aus dem crypto café euer crypto trainer ja es geht um reines entertainment keine einzige finanzberatung was ihr hier findet so heute mache ich das erste update video zum thema nft gaming ich habe ja versprochen ich war eine gaming reihe und eigentlich wollte ich schon wieder gestern das hauptteil machen das problem ist die ganzen spiele die ich bisher untersucht haben da war kein einziger dabei wo ich sage das wird hat sein spiel was ich euch empfehlen könnte als man empfehlen sowieso nicht also was ich mir selbst empfehlen würde auch eventuell da rein zu investieren das größte problem ist natürlich dass die meisten spiele noch in einem so anfänglichen stadion ist dass die erstens unspielbar sind oder überhaupt nicht einspielbar sind ja die haben meist nur demo bilder oder so was zweitens dass du weißt nicht wie das modell sich tatsächlich umsetzt ja das heißt die haben zwar in etwa eine ahnung aber wie letztendlich die feilmechanik ist zwischen praktischen kaufen der der gegenstände investieren und das verdienen ja das ist bisher nicht bekannt ja und das dritte ist natürlich wann die rauskommen ne das ist alles sehr vage und ich also ich meine bis auf die die sowieso schon draußen die schon richtig spielbar sind wo ihr auch mit token arbeiten könnten ein exe typisches beispiel ja dieses wie heißt das dieses kartenspiel es fällt mir der name wieder nicht ein jetzt jetzt gotts an chain genau exe gotts an chain und natürlich die alten dieser dieser block bastel so wie mein minecraft dieses sein sandbox und natürlich die central land das sind die einzigen vier die bisher gefunden habe wo man wirklich schon spielen kann ja und spiel und auch die diese mechanik mit nfc erwerben gegenstände und werben wo das schon läuft das problem bei allen anders natürlich egal in welchem stadium wie gut die aussehen ich bin typischerweise fan von so science fiction und so was ja star atlas ja typisches beispiel parallel ist auch ein beispiel das sind alles viele projekte dabei auch die luvium luvium glaube ich heißt das ja diese triple angeblich triple titel und da gibt es auch schon mittlerweile einen shooter glaube ich der der den letzten selbst drüber berichtet habe die sind alle nicht so weit dass sie an die tatsächlich spielen kann und meine meinung nach auch wenn die so weit sind gibt es ein großes problem ein großes problem und das müssen wir also ich meine wenn ihr euch für nft gaming auch selbst interessiert ja ich könnte ja schreiben hier drunter ja ich meine lieblingsspiele sind natürlich starcraft diablo ja etliche stunden da drin verbracht und da später eben diese ganze league of legends geschichten und overwatch so ist in der art ja vielleicht ein bisschen call of duty aber nicht wirklich schreibt mir drunter was ihr davon kennt was ihr gespielt habe und ich weiß noch dass ich auch während mein studiums eine ziemlich große arbeit darüber geschrieben habe über diesen flow zustand beim gaming ja was den spieler tatsächlich an ein spiel fesselt dass das ist ein sehr komplizierter mechanismus also sehr viele faktoren sowohl diese spannung geladenen momente als aber auch langsame momenten die müssen einen sehr ausgepegelten sag ich mal verhältnis haben ja wenn du die ganze zeit nur über spannung hast ohne ende ist irgendwann der mensch so schnell erschöpft der kann da einfach nicht mehr deswegen brauchst du halt diese abwechslung aber wenn diese phasen der entspannung also relativ wenig los ist zu lang dauert dann sinkt halt diese gleich mal dieser adrenalin spiegel so stark dass du aus dem flow rauskommst und das war typischerweise damals war es die upload zwei bei mir ich habe sogar tatsächlich also ein kurzeit ne ganz tages eeg gemacht ekg oder eeg ich weiß gar nicht da kriegst halt so dinge auf den kopf gesetzt ja und dann wurden über den ganzen tag gemessen wie die reaktion war ich konnte halt 24 stunden lang durchspielen das diablo ohne dass sie eine müdigkeit hatte und das ist halt beim gaming ein großes problem aber ich meine wenn du wenn die nft game entwickeln was tatsächlich auf spaß auf action und so ausgelegt ist ja dann hat hat man das problem dass die spieler die reingehen für den ist dann natürlich das nft das eigentum charakter das besitzen von gegenständen und so sekundär wenn die aber ein spiel entwickeln das ist zwar was ich sagen bei gotts an chain so sehe das ist ein spiel was typischerweise bei mir wo ich sage ja das ist halt ein karten deck spiel das ist für jede meines eigenen präferenz aber das ist natürlich viel was nur auf das das urn ausgelegt ist ja wo du tatsächlich geld verdienen auch exit seien dazu ja ich habe zwar hier meine meine filipinos die die sind richtig das ist seit zwei tagen erst über 900 srps verdient die die sind richtig das ist für den arbeit ja die sehen dann ist vielleicht führt mal für fünf oder zehn prozent spaß schätzen ist eine richtige arbeit und diese neuen spiele vor allem triple a games meine was in triple a games der triple a games sind ja natürlich in erster linie spiele die spaß haben die richtig gut aussehen ausgedurch poliert sind und richtig action bieten aber da ist natürlich das nft das verdienen das besitzen der sachen zweite eine eher nachrangige eigenschaft und ich glaube ich würde mir für mich selbst natürlich so die empfehlung aussprechen da nicht voreilig irgendwo reinzugehen weil diese spiele ja wenn ich sag mal wenn die zu schnell rauskommen und ausgereift mit vielen bugs und vor allem wenn der nft das heißt wenn die player dabei wie die game studios agieren und geld sag ich mal investieren können die sich halt an der stelle nicht wie wenn die ein studio dahinter stecken dass die sag ich mal alle zwei monaten patch rausbringen die fehler beheben und das anpassen weil diesmal sind die investoren ja nicht mehr die großen studios sondern die die leute die mit ihren richtigen geld reingehen und wenn die diese basis verärgern weil die jongens nicht richtig rausgebracht haben und auch unausgereiftes produkt dann verlieren die halt so schnell die investoren das können die sich gar nicht vorstellen ja und dann gehen halt die kurs von den token so runter und das ist halt warum ich sage bevor ihr irgendwo in game reingeht mit eurem vermögen mit euren investitionen überlegt euch richtig gut ob ihr das wirklich machen wollt und ja und ihr seht hier an den nachrichten ich habe mal alle von den letzten wochen rausgeholt ja das sind richtig große unternehmen dabei final fantasy zum beispiel wir haben electronic arts ja und das sind auch schon richtige investitionen drin und das ist das problem dass die jetzt erst damit anfangen ich bin mir sicher die haben vielleicht schon früher überlegt aber dass die jetzt wirklich erst mit der investition anfangen ihr wisst wie lange selbst eine große game schmiede ja wie lange die jetzt für gleich mal starcraft 2 oder diablo 3 oder diablo 4 die sitzen drei vier fünf jahre an einem einzigen projekt mit dem ganzen team mit der gesamten mannschaft und das sind mehrere zig personen ja die daran entwickeln um ein spiel und das ist noch nicht mal nft beinhaltet das ist ja noch mal schwieriger weil du hast eine extra komponenten dazu wo auch noch geld und blockchain rolle spielen und ich glaube viele der spiele die jetzt zu voreilig rauskommen ohne wirklich auspoliertes zu sein die werden eher scheitern und ich glaube er das spiel die sich ein bisschen mehr zeit lassen für die entwicklung ja für die playerbase und und auch nicht zu schnell mit dem mit dem verteilen von den eft gegenständen wie bei aktuell star atlas oder parallels und so weiter die verteilen schon die ganzen gegenstände ohne das spiel überhaupt schon da ist ja und ich meine das ist legitim die wollen natürlich geld einsammeln ja aber natürlich wenn wenn der kurs so hoch ist ist die erwartung der spiele auch so hoch ja und das ist sehr schwer so was gerecht zu werden und das seht ihr jetzt mal am exit das war ja schon drei vier jahren die entwicklung ja und die sind ja jetzt erst so groß geworden weil es eben nicht durch den hype so groß geworden sondern eben sich organisch dahin entwickelt hat ja das produkt ist ausgereift und darauf folgend ist das playerbase angewachsen weil das eben funktioniert ja und das ist eben was ich heute euch kurzfristig also in kürze sagen will lasst euch vor allem bei gaming nft gaming zeit guckt nach ja was was wirklich gut ist und ich werde in den nächsten tagen ein ausführliches video zu den spielen die ich eben erwähnt habe wo man schon tatsächlich spielen kann ja machen weil diese diese demo oder bilder die hier auf youtube bei allen anderen diese videos da wird ja viele wenn ihr auf youtube geht nft gaming da gibt es dutzende videos über jedes video stellt fünf sechs spiele vor wo die leute großes potenzial oder ein großes wachstum drin sehen und ja ich glaube dass da bin ich einfach euer falscher ansprechpartner wenn ihr sowas sucht und ich suche eher was fundiertes und hand wie sagt man handfestes handfestes also schreibt mir ja was ihr denkt welche spiele hier in der vergangenheit schon spiel gespielt habt und wo ihr euch zwar gewünscht dass diese spiele in der form von nft charakter dazu bekämen ja ich habe ja gesagt ich habe mir gewünscht diablo 4 wenn es rauskommt ja vielleicht so in der art von diablo 2 aber alle gegenstände die man sich selber kraften oder uniques oder legendaries das man gesammelt hat das ist da ein selbst tatsächlich gehört ja durch das spiel so das war's heute vorerst das nft gaming update und mein name ist g aus dem crypto café ihr wisst ja reines entertainment und ciao ciao ja